Jetzt kann ich ihn durchsuchen. Ich auch. Ich habe die ein bisschen zerstückelt habe ich das Gefühl. Oh, Handschuhe, Tankschuhe, okay. Wo muss ich lang? Da lang. Au. Das Fass hat offenbar gebrannt. Die Zeit, dass sie irgendwie nach Schicht mit Gabelstaplerinnen gefahren sind. Wahnsinn. Das waren noch Zeiten. Alter, du verkaufst ganz viel Minen und so eine Dreiermine sogar. Jeder. Keine Dreiermine, das ist nicht schlecht. 3 AC, ich habe 3 Ausdauer. Ja, okay. Verkaufen. Ich brauche schon irgendeinen Crap eigentlich nicht. Ich schätze, ich muss mich zusammenreißen. Ich kann ja nichts dagegen tun, oder? Das bist nicht du. Das Dreh wäre anders. Mit dem Zusammenreißen. Was? Irgendwer in so einem Zelt. So, jetzt kann ich da mal schauen. Kade. Wir haben 18.24 Uhr. Das heißt, wir sind kurz vor Nacht. Kurz vor Nacht ist nicht so geil, aber... Dann... Jetzt poppen wir hier gleich mal nach frühmorgens. Wo ist mein Glas mit Wasser? Da hinten ist es. So, jetzt sollte Nacht sein. Das heißt, wir warten jetzt bis Tagesanbruch und dann geht's zu Waltz. Der ist nicht so geil, nicht so geil. iner. So. So, jetzt bin ich mal gespannt wie die Story mich so weiter geht. Was ich jetzt mache ist, ich gehe von der Axt auf mein Hackebeil. 41 Fünf, vier, drei. Falsch, stopp. Gehe ich auch weg in die Richtung ist es? Komm, ich will da hoch. Erdstoffbehälter in der Nähe. Achso, das ist eine Anomalie. Monocorff-Cocktail, das ist ein Pfeil. Das nehme ich doch mit. Mehr Mollys. Ich habe das Wurf gegen schon ausgerüstet. So, jetzt. Da vorne ist es. Da vorne ist es. Die Elektroautofabrik. Wäre es aber trotzdem jetzt mal kurz hier auf dem Bus zu stellen. Einfach hoch. Warum kann ich nicht auf diesen fucking Bus? Was? Halt. Dynamo Autofabrik. Da stehend Unhold rum. Was ist da vorne? Ähm. Da. Uh. Warte mal. Habe ich eben die hier gespottet? THB-R-31. THB-M3. THB-M3. Lol, ich kann von hier aus schon darüber spotten. Okay. Aber das ist unser Ziel. Also, kann ich jetzt hier und dafür entsprechen. Jetzt ist es fertig aufgeladen. Ach lol, der Stacheldraht. Ich dachte schon, da ist irgendeine Falle oder so. Dann gehen wir hier oben rum. Da sind auch wieder ein Haufen Zombies. Hier sind auch wieder ein Haufen Zombies. Ich habe einen Monoschaden gegen die Infizierte. Nächstes Mal die. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Einschalten. Eigentlich will ich fast erst hier hoch. Aiden, bist du da? Ja, bin gerade ein wenig im Stress. Nur mal kurz zur Info. Es gibt Bewegungen bei den PKs. Sie suchen dich. Pass auf dich auf. Okay. Okay. Da kommst du jetzt drauf. So. Wie geht es von hier aus weiter da rüber? Was ist an dem Berg oben? Grundsicht ist es da hoch zu gehen? Dann müsste ich da vielleicht... Komm. Es scheint mehr so aus, dass ich dafür die Quest dann langen muss. Weil es so ein krasser weiter Weg ist. Aber... Hier. Einschalten. So. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich muss einen anderen Weg finden. Vielleicht rein zufällig hier rum. Und wenn man sich mal runter... Egal. Oh! So! Oh! So! Hier komm ich sogar rein! Jawoll! So! Oh! runtergefallen aber egal ich schaff den sprung hui mit extra speed easy snack und jetzt ach lol sind auch noch zombies drin aber keine spur von walls so jetzt gehe ich ah ja jetzt gehe ich hier durch einfach eine spitte gewichte ok bisschen looten muss sein gehörte zum werkzeug gehen ok ist gar nicht so schlecht der loot muss da weiter hui ok das war ein sehr interessanter move eben ich könnte da oben rum gehen pauschal wahrscheinlich jetzt nicht mehr da sind überall so fucking stromkabel hm ich habe eine idee ich weiß nicht ob es funktioniert ok ok super jetzt wäre ich oben kann ich aufmachen? ne heifischwaffe da lang ja verflucht vielleicht gibt es hier ja eine art generator mhm folge dem kabel schaut aus wie ein generator also ich muss mehr ich muss alle generatoren finden so wie ich das sehe ja ja das sieht auch sehr interessant hier aus kein generator die durch werden die mal natürlich mit nein links rum da ja ok mhre so the meal is ready to eat da haben sie jetzt hier so viele kabel hier das sind die von hier hinten ich habe nochmal irgendwo so einen generator oder hier ja hier oh ne oh ne das hört sich sehr ungern an das ist ein Spucker das hat mir gerade noch gefehlt und was bist du? Gold ähhh du überrängst du mich alter Alter. Warte, ich warte kurz, dass ihr mich selber hochgeheilt habt. Oh, jetzt hat. Ich benutze ihn mit mir hin. Jawohl. Ähm. Fuck, ich hatte erst den Rauch durch den Sohn, wo der Zockbruder rausgeflogen ist. Sieh mal an, was hinter Tür Nummer 1 ist. Aiden. Wie ein Anruf. Wie ein Brief. Ich dachte, das zwischen uns wäre wahre Freundschaft. Waltz hat Lucas tot befohlen. Detektiv Aiden gibt erst Ruhe, wenn der Fall aufgeklärt ist. Das soll ich Ihnen glauben? Warum sollte ich? Ach. Weil Waltz hier ist. Halt. Jungs, durchsucht den Tunnel. Warum sollte Waltz Lucas umbringen lassen? Um die PKs zu schwächen, um Unfrieden zu säen, um Chaos zu verbreiten, was weiß ich. Ich hasse Politik. Verdammt noch mal. Und Sie haben sich für die falsche Seite entschieden. Was gibt's da noch zu reden? Ater, Sie greifen das Hauptquartier an. Der Bazaar. Sie haben die Oberstation eingenommen. Was zum Hacker? Mach schon, nimm dir die Tür. Diese Sauberes. Oh Mist. Still. Ich habe Sie gewarnt, Ater. Hm. Ach, der Strom ist aus. Wir müssen den Sicherungskasten finden. Was ist hier los? Wer hat ihn abgeschaltet? Na, wer wohl? Machen Sie jetzt einen auf Knugscheißer? Ach, ich meine ja nur. Schnappen wir ihn uns. An Flucht ist eh nicht zu denken. Okay. Suchen Sie nach dem Sicherungskasten. In der Nähe sollte es einen Abstellraum geben. Happer, gehen Sie zum anderen Eingang. Ihr beide durchsucht den Tunnel. Das ist ein Labyrinth. Wenn Waltz sich hier versteckt, muss er eine Spur hinterlassen haben. Eine Schleimspur. Okay. Wir warten, Aiden. Hier ja schon. Hier ist ein dummes Asprofil. Geräte. Auch so Sachen wie Alkohol und Elektro-Teile. Hm. Da geht's nicht weiter. Wir wollen weiter vorne rein. Auf die vordere Tür. Hier. Wieder ist zu. Hier. 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 Irgendwie... Suchen Sie weiter. Hoffentlich ist das nicht der Grund für den Kurzschluss. Weiter hoch? Nee, ich komme nur da drüben rein. Aha, ich kann ins Wasser jumpen. Unten geht es dann weiter. Warum wechselt Cordyceps an dem Dude? Ich habe da so viele Tote. Naja, meine Mission ist, finden Sie den Dingern und schalten Sie den Strom ein. Ich muss das Kabel einstecken, wie gesehen. In der Waffe einschalten. Okay. Das kann ich erstmal... Beruhigt Luten. Warum ist da überall Cordyceps an den Leichen? Das triggert mich ein bisschen. Okay, da drüben komme ich raus. Warte, da ist noch was. Auf geht's. Achso lol, ich habe hier ein Immun-Ding. Ich darf mich gar nicht zu viel Zeit lassen. Ja. Ist Harkon hier durchgekommen? Ich habe es ja kaum bis hierher geschafft. Ja, kaum. Ah, verflucht. Irgendjemand hat diese Tür verschlossen. So, rein da in den Schacht. Hey! Hier drin ist jemand! Der ist es! Schnappt ihn euch! Endlich ist es! Hey, sie holen sie zu AID-Werw zurück! Achso, das war nur die Tür. Oh, da rechts sind geile Kisten. Komm ich auch nicht, warte mal, irgendwie muss ich da hinkommen. Irgendwie muss ich da drüben hinkommen, da.